die menschen sind unsere lehrmeister im reden die götter im schweigen blutarch es gibt so scheint es dinge die uns mit welcher heftigkeit sie auch immer wieder geplant und beabsichtigt sein mochten doch nur geraten wenn wir ohne unser zutun oder gar mit gewalt für sie freigesetzt wenn wir wie ein freund zu sagen pflegte eigens dazu eingesperrt werden so ist mein lange gehegter plan in einigen herrlichen wochen zur verwirklichung gediehen nachdem ich durch eine glückliche fast zauberische fügung gleich habakuk beim schopfe genommen und aus dem tödlichen wirrsal der letzten kriegsmonate in ein reich friedlicher abgeschiedenheit verpflanzt wurde dessen grenzen und ausgänge freilich von bewaffneten wächtern besetzt waren noch war die absperrung nicht so fugenlos dass es mir nicht hätte gelingen können in verbindung zu treten mit einem freunde der ganz in der nähe jener insel wohnte diese nachbarschaft erwies sich als ein glücksfall wie ich ihn mir gar nicht hätte auszudenken vermocht es waren nur wenige tage vergangen und schon hatte sich ein regelmäßiger buchleihverkehr eingespielt der mich an den erstaunlichen schätzen meines freundes teilhaben ließ und nach einigem kosten kam mir der einfall um die götischen briefe zu bitten und zwar um nicht weniger als die 50 bände in der sophien ausgabe die mir dann auch wirklich der reihe nach in kleinen sendungen von zwei drei bänden im austausch hin und her regelmäßig zugebracht wurden der reichtum dieses durch mehr denn 60 jahre in sich bezeugenden lebens trat mir damals mit einer wahrhaft überwältigenden die seit langem ganz auf das nächste und dringlichste eingeschränkte fassungskraft fast springenden großartigkeit vor die augen welch leidenschaftliche hinwendung zur wirklichkeit in all ihren gestalten welch unstillbare jagt nach den dingen aller welt welche bejahrungskraft welche fähigkeit anteil zu nehmen welche vehemenz der zueignungsgebärde freilich auch welche selbstbegrenzung auf das gemäße welche in zuchtnahme allen bloßen schweifens welche frömmigkeit angesichts der wahrheit des seins ich kam aus dem staunen nicht heraus und der gefangene betrat eine welt ohne grenzen vor welcher die tatsache der haft völlig bedeutungslos wurde wie viel des erstaunlichen mir aber auch in diesen unvergesslichen wochen ungestörter versenkung zu gesicht gekommen ist nichts war mir überraschender und unerwarteter als dies zu gewahren wie sehr das eigentliche dieses lebens sich in einer sorgfältig eingehegten verborgenheit zugetragen hat wie sehr der so mitteilsam scheinende mit aller welt korrespondierende dennoch die mitte seines daseins niemals hat zu worte bringen wollen zwar war mir längst die meinung abgetan als sei in dem von überall her aufgesuchten gastgeber und dem heiter vielgewandten gesprächspartner oder gar in dem im unterschied zu schiller oder erst recht zu beethoven gesellig sich anpassenden hofmann der wirkliche goethe zu fassen aber dass dieser mann der noch als greis gesagt hat dass eigentlich nur in der teilnahme das wahre glück besteht geradezu einer der großen schweiger gewesen sei diese einsicht so sehr sie mir fast noch heute verwunderlich bleibt ist mir erst durch jenes studium zu völliger gewissheit aufgegangen und es ist keineswegs so dass nur etwa der reife in mancherlei menschlichen begegnungen erfahren und weise gewordene goethe sich auf das schweigen wie auf eine letzte auskunft besonnen hätte der 27 jährige ist es der inmitten des genialischen getriebes der ersten weimarer zeit das verborgene leben lobt als eine schon lange erprobte und vertraute gestalt des eigenen daseins ich lebe immer in der tollen welt und bin sehr in mich zurückgezogen von meinen wahren verhältnissen wird ihr kein reisender was erzählen können kaum ein mitbewohner ich bin fest entschlossen nichts zu hören was man von mir sagt er beginne so schreibt er 1778 an charlotte von stein nicht bloß das schon seit je bewachte schloss sondern auch die stadt seiner seele zu befestigen wo zwanzig jahre später greift ein brief an schiller dieses bild wieder auf die mauer die ich schon um meine existenz gezogen habe soll nun noch ein paar schuhe höher aufgeführt werden man mag diese letzte äußerung eines fünfzigjährigen mannes in gar nichts ungewöhnlich finden doch ließ mich dieses durch jahrzehnte gehaltene kontinu das ja schon so früh einsetzt den menschen goethe in ganz neuem lichte sehen im geheimen habe gott ihn reichlich gesegnet denn mein schicksal ist den menschen ganz verborgen sie können nichts davon sehen noch hören im innersten meiner plane und vorsätze und unternehmungen bleibe ich mir geheimnisvoll selbst getreu und knüpfe so wieder mein gesellschaftliches politisches moralisches und poetisches leben in einen verborgenen knoten zusammen es ist geradezu ein besonderes und eigenes absehen goethe selbst spricht wohl nicht ganz im ernst von einem fehler in der allerdings aus seiner innersten natur hervorkomme mit fleiß darauf gerichtet meine existenz meine handlungen meine schriften den menschen aus den augen zu rücken ich war von jeher überzeugt dass man entweder unbekannt oder unerkannt durch die welt gehe so dass ich auf kleinen oder größeren reisen insofern es nur möglich war meinen namen verbarg so werde ich immer in der unterredung mit fremden oder halbbekannten den unbedeutenderen gegenstand oder doch den weniger bedeutenden ausdruck vorziehen und mich so ich möchte sagen zwischen mich selbst und meine eigene erscheinung stellen es sei doch längst bekannt und ausgesprochen so kann er dem sohne schreiben als die weimarer hofgesellschaft dem 70 jährigen die den geburtstagsfeiern sich entzogen hatte eine festaufführung des göttes darzubringen beabsichtigte es sei doch längst bekannt und ausgesprochen dass mir jeder persönliche bezug in der gegenwart höchst zuwider ist manchmal ist es als ob er sich selbst ins wort fehle damit die schon auf den lippen sich formen der rede wieder verstumme ich brachte den abend zu mehrere blätter mit der schilderung meines zustandes zu füllen heute morgen als sie der boote abholen will kann ich sie gar nicht weg senden unsere heimlichen lasten die geheimen gebrechen die stillen leiden nehmen sich auf dem papiere nicht ergötzlich aus an august von goethe 18 oktober 18 und 19 es ist längst bekannt und ausgesprochen dass mir jeder persönliche bezug in der gegenwart höchst zuwider ist gibt das höflich und freundlich zu bemerken so im jahre 1810 dann auch an den herzog karl august und ein jahr zuvor an kotter es handelt sich um das nachdrucksunwesen mit der lieben preßfreiheit im österreichischen schon hatte ich ein pro memoria verfasst eine einleitung und beistimmung war zugesagt als mich glücklicher oder unglücklicherweise ein dämon beim ärmel zupfte und mich bedenken ließ dass es die zeit nicht sei sich in öffentliche angelegenheiten zu mischen und dass man nur wohl lebe indem man verborgen lebt hier sei so sagt goethe selbst der schlüssel zu finden zu vielem als ihm die prinzessin von solms braunfels einmal 20 jahre vor seinem tode eine seltsame grabschrift eine summarische kennzeichnung seines lebens und werkes vorlegt in welcher unter anderem gesagt war es sei ihm ein weit höheres bedürfnis in das innerste wesen des menschen und der dinge einzudringen als seine gedanken poetisch auszusprechen da antwortet goethe diese aussage der er recht gebe habe ihn in verwunderung gesetzt mögen euer hoheit noch hinzusetzen als sprechend überliefernd lehrend oder handelnd sich zu äußern so haben sie den schlüssel zu vielem was an mir und meinem leben problematisch erscheinen muss die gabe lehrend wirksam zu sein sei ihm versagt schreibt er 1797 an schiller es ist also gewiss dass goethe sich selbst so gesehen hat wie eine magische auster über die seltsame wellen hinweg gehen in einem der sparsamen späteren briefe an charlotte von stein als den der gelernt hat dass wir und unsersgleichen bloß im stillen gedeihen als den einsiedler der von seiner klause aus das meer doch immer tosen hört so schließt wenige jahre später ein brief an sulpitz boissoré und mit 81 jahren nennt er sich in einer an zelter gerichteten äußerung den einsamen der wie merlin von leuchtenden grabe her das eigene echo ruhig und gelegentlich in der nähe wohl auch in der ferne vernehmen lassen das beste ist die tiefe stille dies musste mir nach alledem wie eine mit kräftigster bejahung ausgesprochene und auch sie noch geheim gehaltene nur dem tagebuch anvertraute maxime der götischen existenz erscheinen das beste ist die tiefe stille in der ich gegen die welt lebe und wachse und gewinnen was sie mir mit feuer und schwert nicht nehmen können dem solchermaßen die stille und die verborgenheit liebenden wird das schweigen zur gewohnheit ich lebe in einer einsamkeit und abgeschiedenheit von aller welt die mich zuletzt stumm wie einen fisch macht der zum schweigen gewöhnte schweigt als ich diesen satz in einem brief an charlotte von stein las erinnerte ich mich plötzlich an eine episode aus der kampagne in frankreich goethe lässt sich auf dem rückzug aus frankreich in einer tischrunde dazu hinreißen vom vergangenen zu sprechen sich nicht ganz zu enthalten und die in der tat katastrophale kriegslage und all das daraus folgende elend zu beklagen worauf sein nachbar ein general ihn in untadeliger form aber mit gewisser bestimmtheit sozusagen zur ordnung ruft und dann heißt es ich gelobte mir innerlich das gewohnte stillschweigen sobald nicht wieder zu brechen ein fest gelobtes stillschweigen so heißt es 1784 der 75 jährige aber über das was man maximen heißt habe ich mich dergestalt abgewöhnt zu sprechen dass sie mir sogar bei vertraulicher unterhaltung unter vier augen nicht mehr einfallen in größeren gesellschaften gar nicht aber schon von rom aus als charlotte von stein sich von dem nach italien geflüchteten abzuwenden beginnt schreibt goethe an sie noch ist kein brief von dir angekommen und es wird mir immer wahrscheinlicher dass du vorsätzlich schweigst ich will auch das tragen und will denken habe ich doch das beispiel gegeben habe ich sie doch schweigen gelehrt hier deutet sich ein anderes gesicht des götischen schweigens an auch dieses ungute das verhängnisvolle wie ein fluch auf der seele lastende schweigen und schweigen müssen hat seine existenz begleitet und wie es scheint vom frühen mannesalter bis zum ende wie oft kehren in den briefen an charlotte von stein wendungen wieder wie diese möge mir doch ein guter genius immer die lippe offen halten karl von holter hat von den anscheinend nicht allzu seltenen stummen audienzen berichtet die dem gast kaum weniger qualvoll gewesen sein werden als goethe selbst und zelter hält dem greisen freunde besorgt dessen altes übel vor einsam brütend sich selbst verzehren und doch wird man in diesem schweigen auch in diesem weniger freundlichen nicht nur die verdüsterung eines zu zeiten mit gott und der welt zerfallenen gemütes sehen dürfen es ist darin auch etwas von der resignierenden weisheit des esoterikers merkwürdige resultate eines stillen einsamen denkens möchte ich wohl oft aufzeichnen dann lasse ich es wieder gut sein mag doch am ende jeder darauf kommen wenn er in verhältnisse tritt wo er das vernünftige nicht entbehren kann dies schreibt goethe wenige monate vor seinem tode sogar die schriftliche äußerung noch scheint ihm also zu viel nachdem er zehn jahre zuvor die paradoxie einer schweigsamen schriftstellerexistenz in dem schönen satze ausgesprochen hatte dieses ist denn doch das höchst reizende eines sonst bedenklichen autorlebens dass man seinen freunden schweigt und indessen eine große konvention mit ihnen nach allen weltgegenden hin bereitet der wissende redet nicht dieser satz des laozi ist goethe aus der seele gesprochen eine geheime gesellschaft sollte man eigentlich auf die kunst fundieren so schreibt er einmal an schiller und er macht sich den ausruf des naturforschers peter simon pallas zu eigen die wahrheit hätte nur unter uns akademikern bleiben sollen ich habe es immer für ein übel ja für ein unglück gehalten welches in der zweiten hälfte des vorigen jahrhunderts mehr und mehr überhand nahm dass man zwischen dem exoterischen und dem esoterischen keinen unterschied mehr machte die einsicht des betrachtenden und nachsinnenden begegnet hier der innersten wesensneigung dessen der ohne geräusch sein leben hinzubringen wünscht weil ich zu denen gehöre die selbst gern ruhig sein mögen und auch das volk nicht aufregen wollen wenn ich von einem resultate reden soll das sich in mir zu bilden scheint so sieht es aus als wenn ich lust fühlte immer mehr für mich zu theoretisieren und immer weniger für andere die menschen scherzen und bangen sich an den lebensrätseln herum wenige kümmern sich um die auflösenden worte da sie nun sämtlich sehr recht daran tun so muss man sie nicht irre machen die resignation dieser letzten formulierung hat den leicht menschenverächterischen zug in der aller esoterik eigentümlich ist sobald in die masse mit worten und phrasen befriedigt ist so muss man sie nicht irre machen in dieser äußerung an zelter vom 4. februar 1832 tritt jener zug noch deutlicher hervor selbstverständlich wird man dies nicht etwa verteidigen wollen doch mag hier andererseits etwas von dem preis sichtbar werden der für den reichtum dieses unvergleichlichen lebens zu zahlen gewesen ist goethe hat es wohl begrüßt wenn eine stimme dem beifall widerspricht den das menschengeschlecht oft handlungen und begebenheiten zu jauchzt die sie ins verderben führen aber er selbst hat diese stimme nicht sein wollen was übrigens den vermerk menschenverachtung angeht so wäre da eine unterscheidung von nöten gegenüber der menge bedient er sich der ironie wer der magnanimus der großgesinnte der hochgemute der also das große sich zumutet und sich seiner wert zu machen sucht dies ist nun nicht ein götischer satz sondern einheiten des aristoteles oder vielmehr genau gesprochen des thomas von aquin er findet sich in seinem kommentar zur nikomachischen ethik und es ist immerhin erstaunlich dass der allgemeine lehrer der noch ungeteilten abendländischen christenheit solche doch recht weltlich scheinende lebensweisheit nicht nur ohne ein wort des widerspruchs interpretierend mitgeteilt sondern sie gar in der summa theologica zu verteidigen unternommen hat gegen den einspruch menschenverachtung können nicht mit der demut zusammen bestehen es gebe so sagt thomas sehr zu recht eine verachtung eines kleingeistigen wesens und auf diese menschenverachtung des hochgemuten sei das schriftwort zu beziehen ein nichts ist der bösewicht in seinen augen solche verachtung sei so wenig gegen die demut wie gegen die wahrheit da niemandes gerechter anspruch auf ehre verletzt wird in dieser art ironisch ist auch goethes schweigen gegenüber dem publikum dem nach dem munde zu reden er sich ingrimmig weigert wenn ich nicht zu sagen hätte als was den leuten gefiele so schwiege ich ganz und gar stille mit dem publikum muss man sich gar nicht abgeben mit ihm gibt es keine erörterung überhaupt müssen wir von rechts wegen besser wissen was dem publikum frommt als es selber die bürger einer stadt können verlangen dass die brunnen laufen und das wasser genug da sei aber woher es zu nehmen das ist es röhemeister sache das publikum in seiner dunkelheit verlangt immer wasser über wasser und perhorisiert oft die ergiebigsten quellen man muss das gut sein lassen still sein und nach überzeugung handeln das klingt nicht sehr volksmännisch so wenig wie denn in platons dialog sokrates dem gorgias dem mann des erfolges vor der menge ins wort fällt vor der menge das heißt so viel als vor und kundigen nicht wahr und goethe nimmt es unbedenklich in kauf von den vielen in seinem schweigen missverstanden zu werden von seinem liberalistischen indifferentismus in religiösen dingen sagt er selbst er sei nur scheinbar nur eine maske hinter der ich mich sonst gegen pedanterie und dünkel zu schützen suche eine maske aus schweigen aber auch den freunden auch den verbundensten und geliebtesten menschen hatte geschwiegen über die höchsten wirklichkeiten das manuskript der letzten szenen des faust ist versiegelt auf die nachwelt gekommen niemand sollte von diesen mystischen versen den blick heben dem dichter verwundert fragend oder gar antwort heischend ins gesicht schauen können freilich hat es noch verborgene wurzeln das goethe so gerne schweigt wenn von einem göttlichen wesen die rede ist wofür in einem brief vom 9. juni 1785 das verständnis des freundes jakobi erbeten wird der versuch einer tiefer dringenden deutung würde mancherlei zu bedenken haben auch die selbst kennzeichnung als eines dezidierten nicht christen gewiss aber ist auch ehrfürchtige scheu mit dem spiel die gleiche aus welcher wiederum in der summa theologica der erste satz der gotteslehre stammt dass wir von gott nicht sagen können was er sei vielmehr nur was er nicht sei die erfahrung der unzulänglichkeit der sprache die nur ein surrogat sei habe ihn so spricht ein brief goethes vom märz 1816 aus nur allzu oft davon abgehalten das zu sagen was ich hätte sagen können und sollen und doch scheint diese empfindung den des wortes so sehr mächtigen bis zum ende nicht verlassen zu haben ja sie muss noch stärker geworden sein das beste unserer überzeugungen ist nicht in worte zu fassen die sprache ist nicht auf alles eingerichtet so liest man noch in einem brief der knapp eine woche vor dem tode geschrieben wurde gegenüber solchem letzten ernst erscheint das schatzgräber schweigen fast wird es spielerisches doch hat goethe auch diese form des schweigens in einer art aber glauben wichtig genommen und das gleichfalls bis ins hohe alter einen sehr tiefen sinn hat die jener wahn dass man um einen schatz wirklich zu heben und zu ergreifen stillschweigend verfahren müsse kein wort sprechen dürfe wie viel schreckliches und ergötzendes auch von allen seiten erscheinen möge er will für schiller den plan einer neuen dichtung niederschreiben dann schlägt er sich auf den mund da ich nun weiß dass ich nie etwas fertig mache wenn ich den plan zur arbeit nur irgend vertraut oder jemandem offenbart habe so will ich lieber mit dieser mitteilung noch zurückhalten fast anderthalb jahrzehnte später denn gewöhnlich was ich ausspreche das tue ich nicht und als der siebenundsiebzig jährige dem rheinischen freunde so piz boissere vom zweiten teil des faust erzählt in einem schönen briefe und vollende sinnig in zugemessenen tagen was man zu einer zeit versäumt wo man das recht hat zu glauben oder zu wähnen es gebe noch wieder morgen und immer morgen da hält er inne da ich nun wieder lese was hier auf dem papier steht so frage ich mich ob ich es denn auch fortschicken soll denn eigentlich soll man nicht reden von dem was man tun will nicht von dem was man tut noch was man getan hat siehe lieber was doch alles schreibens anfang und ende ist das bleibt ewig geheimnis gott sei dank das ich auch nicht offenbaren will den gaffern und schwätzern es ist nach dem schaffenssturm des werter das goethe dies an jakobi schreibt die erfahrung dass die reproduktion der welt um mich durch innere welt sich in einer von niemand anders betretbaren zelle vollzieht macht ihn verstummen von nun an weiß er dass er einen magischen kreis um sich ziehen muss und dass ich nur in einer absoluten einsamkeit arbeiten kann und dass ich nicht etwa nur das gespräch sondern schon die häusliche gegenwart geliebter und geschätzter personen meiner poetischen quellen gänzlich ableitet in der stille abzuwarten und sich ums publikum so wenig als möglich zu bekümmern dies sei was er bei schwierigkeiten in der meisterung eines stoffes am probatesten gefunden habe solche betonte distanz zum publikum pflegt der durchschnittsgebildete indem er sich selber nicht zum publikum zählt leicht zu verzeihen während man es goethe bekanntlich durchweg übel anrechnet dass er sich um das politische geschehen seiner zeit so wenig gekümmert habe dass etwa der reinecke fuchs geschrieben ward um mich von der betrachtung der welthändel abzuziehen und es ist mir gelungen und dass sich der 64 jährige als die entscheidungsschlacht des jahres 1830 sich vorbereitete eigensinnig auf das entfernteste warf und sich mit ernstlichstem studium dem chinesischen reich widmete auch das eine weise zu schweigen es ist nicht die absicht dieses anspruchslosen berichtes zu verteidigen oder zu erklären übersehen aber darf man dieses besondere gerade in den letztvergangenen jahren vielfach gerügte oder auch leidenschaftlich abgeleugnete schweigen goethes nicht mir selbst ist es erst in jenen gefangenschaftswochen aufgegangen wie sehr es sich hier um eine unter vielen erscheinungen der gleichen haltung handelt der verleger pertes fordert ihn auf an der zeitschrift vaterländisches museum mitzuarbeiten goethes antwort ich habe persönlich alle ursachen mich zu konzentrieren um demjenigen was mir obliegt nur einigermaßen gewachsen zu sein und dann ist die zeit von der art dass ich sie immer erst gern eine weile vorüber lasse um zu ihr oder von ihr zu sprechen was mir obliegt der gleiche 16. november 1810 steht als datum auf dem absagebrief an pertes und auf dem brief an einen anderen verleger an kotter worin der plan zur dichtung und wahrheit skizziert ist also flucht aus der zeit ich mag wohl gerne in der zeit leben sagt anderthalb jahre später ein brief an den jüngeren schlegel es besteht kein anlass dies für eine aus welchem grunde immer unzutreffende selbstdarstellung zu halten freilich bleibt der nachsatz zu beachten ich mag wohl gerne in der zeit leben weiß es aber nicht recht anzugreifen wenn ich mit ihr leben soll daher finden sie mich auch selten oder gar nicht in solchen schriften auftreten die der gegenwart gewidmet sind den vertrauteren freunden gegenüber werden allerdings sehr viel stärkere worte gebraucht und der gazetten und journalen wird wenig freundlich gedacht mit tageswochen und monatsblättern bin ich außer aller verbindung und diese haben die böse art dass sie sehr oft die höchsten worte mit denen nur das beste bezeichnet werden sollte als phrasen anwenden um das mittelmäßige oder gar wohl geringe zu maskieren in solcher gesellschaft tut ein bestimmtes vernünftiges wort nicht seine rechte wirkung und erst in den briefen an zelter du siehst dass ich nicht nötig habe mich mit den tagesblättern abzugeben nein diese wunderbare briefstelle muss ich vollständig hierher setzen es ist notwendig die tiefe innere meeresstille zu gewahren aus welcher in den allerletzten lebensjahren gerade die an freund zelter gerichteten briefe geschrieben sind da mir nun bekannt geworden dass ganz europa ebenso wie mein klostergarten durch den schnee nivelliert sich behelfen muss so habe ich mich um desto eher zu bescheiden da ich nicht aufgefordert werde den fuß vor die türe zu setzen und daher will ich nun bei klare nächtlicher weile wo frau venus noch immer heiter und niedlich am westlichen himmel über den hörnen des jungen mohnes glänzt so dann auch orion und sein hund blinkenden halsbandes von osten her über meinen dunklen fichtenhorizont prächtig herauf steigt hierdurch aufgeregt die ein munterfreundliches wort in deine wohl erleuchtete und bewegte statt hinsenden jene stelle aber von den tagesblättern goethe schreibt von seinem erke aus unmittelbar an der kamstdorfer saale brücke in jena lautet vollständig so ich stehe wieder auf meiner zinne über den rauschenden brückenbogen die tüchtigen holzflöße stamm an stamm in zwei gelenken fahren mit besonnenheit durch unglücklich hinab ein mann versieht das amt hinreichend der zweite ist nur wie zur gesellschaft die scheite brennholz dilettantisieren hinterdrein einige kommen auch hinab wo gott will andere werden im wirbel um ihn getrieben andere interimistisch auf kies und sandbank aufgeschoben morgen wächst vielleicht das wasser hebt sie allem und führt sie meilenweit zu ihrer bestimmung zum feuerherd du siehst dass ich nicht nötig habe mich mit den tagesblättern abzugeben da die vollkommensten symbole vor meinen eigenen augen sich ereignen und zelter war es auch gewesen dem goethe wenige monate vorher von dem narrenlärm unserer tagesblätter gesprochen hatte bei dem es ihm ergehe wie einem der in der mühle einschlafen lernt ich höre und weiß nichts davon und und wiederum ist es zelter welchem ein dutzend jahre später das wunderliche anvertraut wird dass ich nach einer schnellen strengen resolution alles zeitungslesen abgeschafft habe von mancherlei gestalt des götischen schweigens wäre noch zu berichten man kommt mit dieser physiognomik nicht so bald zu ende es müsste etwa gesprochen werden vom schweigen des allzu sehr verwundbaren es bliebe ein wort zu sagen über die treue dessen der sich angesichts etwaiger fehler von freunden gar ein inneres schweigen ein schweigen vor sich selber auferlegt so erzählt Friedrich Willem Riemer Goethe habe nicht geurteilt über seine Freunde und die Personen die er liebte ich denke nicht über sie sagte er wenn man ihm von ihren Eigenheiten und Sonderbarkeiten etwas vorreden wollte man müsste auch der über alle bloß selbst tische bequemlichkeit hinaus weisen ökonomie nachsinnen die ihn das negative einfach ignorieren und ihn davon wie von etwas nicht vorhandenem schweigen ließ schon in einem der ersten Briefe an Charlotte von Stein ist diese Weisheit wie ein Prinzip formuliert unter allem was mir auf Erden schädlich und tödlich sein könnte ist Ärgernis das letzte an Stoff dazu fehlt es freilich niemals nur verarbeite ich ihn eben nicht und 22 Jahre später der jüngere praktische Mensch tut wohl von seinen Gegnern keine Notiz zu nehmen wieder zwei Jahrzehnte danach von unseren inneren Händeln sage ich nichts ich ignoriere sie sogar an Ort und Stelle und kenne nichts tagverderblicheres als der gleichen Parteiklatsch bis schließlich der 80-Jährige das Vergessen selbst keineswegs im Sinne krampfhaften nicht daran Denkens sondern den fast physiologisch zu nennen Vorgang des schlichten Vergessens als Lebensfunktion erkennt und den mit jedem Atemzug unser ganzes Wesen durch dringenden ätherischen Lete Strom die hohe Gottesgabe rühmt die er selbst von jeher zu schätzen zu nützen und zu steigern gewusst habe Wie viel gestaltlich aber auch dieses Schweigen sowie seine unbewussten Wurzeln und bewussten Motive gewesen sein mögen ist es nicht jedes Mal die Möglichkeit des Höherens des reineren Vernehmens von Wirklichkeit worauf es eigentlich abgesehen ist ist also das götische Schweigen nicht vor allem anderen das Schweigen eines Hörenden und ist nicht seine anscheinende Uninteressiertheit seine Störbarkeit ja seine gelegentlich übellaunige Gereiztheit die Empfindlichkeit dessen der durch Lärm und Geräusch daran gehindert wird die eigentlichst für wirklich gehaltene Wirklichkeit zu vernehmen wie er die abweisende und sozusagen vor die Tür weisende Gebärde zu der kennzeichnenden Gestik des angespannt Lauschenden gehört Sachte Sachte die Probleme wie Zwiebelhäute zu enthüllen und Respekt zu behalten vor allen wahrhaft still lebendigen Knospen das sei sein alter erprobter Weg ist 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 nicht gesprochen von einem der hören und vernehmen will und sonst nichts erstaunlich ist wiederum die unglaubliche Kontinuität dass diesem soeben angeführten Satze aus einem späteren Brief an Schelter fast genau ein halbes Jahrhundert zuvor an Charlotte von Stein gerichteter so völlig entsprechen kann da ich jetzt so rein und still bin wie die Luft so ist mir der Atem guter und stiller Menschen sehr willkommen dieses hörende Schweigen besagt eine viel tiefere Lautlosigkeit als die Enthaltung von Wort und Rede im mitmenschlichen Verkehr es besagt jene Stille die wie ein Atemzug in die innerste Kammer der eigenen Seele gedrungen ist sie ist gemeint in der götischen Maxime mich so viel als möglich zu verleugnen und das Objekt so rein als nur zu tun wäre in mich aufzunehmen dieses Hörende bis in die Tiefe des Ich für die Sprache der seienden Dinge offene Schweigen ist gemeint wenn der Italienpfarrer aus Rom an Herder von seiner Übung berichtet alle Dinge wie sie sind zu sehen und zu lesen diese Übung so schreibt Goethe und meine Treue das Auge Licht sein zu lassen meine völlige Entäußerung von aller Prätention machen mich hier höchst im Stillen glücklich Der Sinn des Schweigens ist das Hören ein Hören worin die Schlichtheit des empfangenden Hinblickens auf die Dinge ist sowie die Unbefangenheit die Simplizität und die Reinheit eines hinnehmenden Vertrauens für welches die Wirklichkeit Kreatura ist Schöpfung Gottes und sofern das Schweigen Goethes ein in solchem Sinne hörendes Schweigen ist insofern hat es den Rang des vorbildlichen und des paradigmatischen mag im Einzelnen noch so sehr Vorbehalt und Einwand gerechtfertig sein Auf diese Vorbildlichkeit darf mit Bedacht der Finger gelegt werden nachdem der heroische Nihilismus dieser Zeit die Haltung des Erkennenden keineswegs als die eines schweigend Hörenden sondern als die der Selbstbehauptung gegenüber dem Sein proklamiert hat Erkennen und Wissen sei ungedecktes Standhalten die schärfste Gefährdung des Daseins inmitten der Übermacht des Seienden welcher Bedrängenden Übermacht sich der Trotz des Wissens entgegensetzt dass aber der Erkennende nicht ein Trotzig gegen das Seiende Aufstehender sei sondern vor allem anderen ein vernehmend Schweigender und ein aufgrund von Schweigen Hörender das ist es worin Goethe übereinkommt mit dem was seit Pythagoras als die Schweigetradition des Abendlandes gelten darf eine bestimmte Gestalt des Nichtschweigens ist seit je verstanden worden als ein Geschwister der Verzweiflung der Verbusitas das Gerede das Geschwätz die unstillbare Betriebsamkeit des bloßen Wortemachens seit je das darf man in der Tat sagen diese Verknüpfung findet sich wie bei Cassian dem Mönchsvater des 5. Jahrhunderts so bei Gregor dem Großen bei Isidor von Sevilla bei Thomas von Aquin und so auch in der Analyse des täglichen Daseins die zu den bleibenden Funden Martin Heideggers gehört und auch in dem dunklen Buch vom christlichen Epimetheus das der Dichter Konrad Weiß uns hinterlassen hat ist in einer sehr genauen und dichten Äußerung die konkrete Gestalt jenes Nichtschweigens vor Augen gestellt es ist dort die Rede von den so vielen welche Zeit haben die Dinge hilflos zu besprechen mit Gesichtern deren Hauptzug Besorgnis ist und welche ihre Neugier jene Neugier die den Sinn in den täglichen Dingen befriedigen will welche also ihre Neugier mehr darin haben dass sie nicht enttäuscht werden als dass sie hoffen es 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 ist jene Ausdruck eines Gesichtes welcher auf eine Sache gerichtet nicht die stillere Sättigung weiterer Gewissheiten mehr hat welche nicht politisch sind wenn also solche Art Gerede in der man wahrhaftig allüberall in den Werkstätten und auf dem Markten und zwar wie einer ständigen Versuchung begegnet wenn solches taubmachende buchstäblich auf die vereitelung von höherem erpichte Gerede verknüpft zu sein scheint mit Hoffnungslosigkeit sollte dann nicht so ist zu fragen im schweigen im hörenden schweigen notwendig ein tröpflein Hoffnung sein wer nämlich vermöchte schweigend aufzumerken auf die Sprache der Dinge wenn er sich von solchen gewahrwerden der Wahrheit nicht etwas erwartete und könnte nicht in einer neu zu begründenden Schweigedisziplin eine Chance liegen nicht bloß die Sterilität des alltäglichen Geredes zu überwinden sondern auch sein Geschwister die Hoffnungslosigkeit wenn auch vielleicht zunächst nur insoweit dass wir das wahre Gesicht dieser Verschwisterung erkennten ich weiß es kommen hier noch ganz andere menschlicher Verfügung entrückte Kräfte ins Spiel und vielleicht muss der Zirklus an einer anderen Stelle durchbrochen werden dennoch darf man fragen ob nicht die schnelle strenge Resolution zu schweigen zugleich eine Art Einübung in der Hoffnung sollte sein können zu